Ein Ford Transit Connitzt ist hier zum Verkauf angeboten. Der blaue Van ist 5 Thürich, bietet Platz für 5 Personen und hat einen großen Stauraum. Der Van verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Partikelfilter, Bluetooth, Regensensor, Bordcomputer und vieles mehr. Das Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 95 PS. Der angegebene Verbrauch des Diesel beläuft sich auf 5,0 Liter pro 100 Kilometer. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 17.870 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohaus Ködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. Autohaus Ködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte aus 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 L